Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Stillen und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei. 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 Vielen Dank.